Ein wunderschöner Kudo Bonjour Heute ist ein kurzes Video aus dem Inket Geeks Ich hatte nicht viel Zeit in der Nacht Wir haben ein Fiasko gespielt und deswegen habe ich auch relativ wenig gefilmt Fiasko, die Partie war genial Ich konnte nur die erste 2-Tier matchspielen, die letzte 2-Tier konnte ich nicht matchspielen, weil ich schon an den Gaming Café musste gehen Aber wirklich ein geniales Spiel Fiasko, ich bin wirklich dick auf das Spiel gefreut, ich konnte Leute nicht Pferde spielen, ich bin froh dass ihr euch habt könnt, ein bisschen matchspielen Und du denkst, kannst ich leider nicht viel filmen, kommen noch 2, 3, 1 sind dran, aber Wenn die Chance hat, ein Fiasko zu spielen Mordet unbedingt Und wenn die Chance hat, ein Samstag und ein Geeks zu gehen und ein Breitspiel match zu machen, das ist gut noch besser Wenn wir noch mehr Leute gehabt hätten, hätten wir Fiasko könnten besser durchspielen, weil verschiedene Leute auch schon müssen abhören, aber Wie gesagt, es lohnt sich immer Du ihn nachzugehen, ja Abdoe dürfte ich leider nicht mehr matchspielen oder konnte ich nicht mehr matchspielen, ich hoffe ich tue euch trotzdem im Gefall, Tschüss Jukowski an Have a nice day von mir gewünscht Tschüss Jukowski an Tschüss Jukowski an